Wer bist du und was macht deine Firma? Ich bin der Johann Koller vom Küwis auf Koller. Wir sind ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, der sich auf Küwisanbau spezialisiert hat und in leiterer Folge auf die Veredelung. Was bringst du zu Gustav? Ich bringe unsere Kürbisprodukte nach Vorarlberg, Anfang vom steirischen Kürbiskernöl bis zum getröffelten Kürbischmalz. Was macht dich und deine Produkte besonders? Unsere Produkte macht besonders, dass das alles in kleinen Chargen, in Handarbeit und ohne Konservierungsstoffen gefertigt wird. Wir beliefern wirklich nur ganz kleine Geschäfte. Und das ist einfach das Besondere von unseren Produkten. Ja, ich fahre von der Steiermark raus zu euch nach Vorarlberg mit meinen Kürbisprodukten und möchte euch ganz tolle Sachen verkosten lassen. Führt euch der Fall!